Schauen wir mal. Shiny Ditto, äh nicht Shiny. Glücksditto kann ich schon gebrauchen. Ab jetzt endlich meinen Honor 10. Hype. Oh, ok cool. 4 Stunden heute gespielt ohne Powerbank. Jaja, ich bin auch sehr zufrieden mit dem Handy. Ich spiele auch ganzen CD ohne Powerbank. Ouda! Gleich der erste Tausch, man! BAM! Direkt der erste Tausch! Ich kann den Geist wegschmeißen. 2-2-2, meine Lieblingszahl. Also 2-2. BAM! Direkt erster Tausch, Lucky. Alter, das geht ja schnell. Ditto abgehakt. So. GG, man. GG, aber echt, man. GG, no way. Was sind Fangarten von... Eure Fangarten vom normalen Muterate. Ähm. Ich hab bisher jeden aus einem gefangen. Also wie viel hab ich gemacht? 8 oder 9? Also von 8 oder 9 hab ich 7 oder 8 gefangen. Eigentlich so... Top. Ja. Ich hab hier noch die Ditto auf, falls irgendjemand anderes noch ein Lucky Ditto haben will. Ja. Aber fängt ja schon mal gut an. Ich hab hier noch Polygon. Soll ich versuchen, was Altes dagegen zu tauschen? Ich hab hier noch... Irgendso alte Trattini. Oder soll ich mir das lieber für Legendär aufheben? Äh, ich heb mir das, glaube ich, lieber für Legendär auf. Polygon kriegt schon wieder ein Event oder sowas. Wie wahrscheinlich es gab's für mich, Leute. Das siehst du im Video. Das ich heute hochgeladen hab. Zum... Was die gleich so gemacht. Ich muss noch kurz ein Nachrichten abchecken. Alter, was ist da los, Mann? Zweimal getauscht, zwei Lucky's. Junge, was passiert hier? Musik ist über... Steuert. Ist die zu laut, oder wie? Kann die noch einen Tick nieder machen. Aber was passiert hier, Mann? Zweimal getauscht, zwei Lucky's. Alter, ich kann gleich... Ich kann gleich auflangieren. Vorbei. Spiel vorbei, Mann. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, also. Wird saftig. Wenn man z.B. 50.000 EP durch Freundschaft bekommt, bekommt man damit Glücks 100. Ja. Das ist so. Gib mir Glücks endlich. Na endlich. Mit Ansage. Mit Ansage. Mit Ansage. Endlich. Können wir auch für die Endive zu tauschen, Mann. So. Geht doch. Oh, jeder. Fast 100. Ah. Attack. KP, Attack, Defense. Aber der zweite Satz. Ah. Fast 100er. Das wäre fast mein erster Lucky 100er gewesen. Schade. Ja, dachte 100er. Ich auch, Mann. Ja, dann wieder 14, 14. Oder 13, 13, 13, 13. Fast. Schade. Ändert sich der wie beim Tauschen? Ja. Aber da haben wir es endlich. Huh. Können wir die ganze Endive hier verschicken. Auf dem kleinen. Weg damit, Alter. 100er Glücksehnte. Nice, Viktor. Gönn dir, Mann. Nette Sache. Girls wieder nach Bremsen. BAM! BAM! BAM!